Nummer 5. Dieses Modell verfügt über eine Entladefunktion, mit der Sie beschädigte Akkus reparieren und mit Strom versorgen können, während Sie sie gleichzeitig schützen. Dieses A-Akku-Gerät ist auch mit AA-Akkus kompatibel. Das Gerät ist netzbetrieben und benötigt eine Spannung von 500 mA. Dieses Acht-Batterie-Modell verfügt außerdem über ein Überhitzungsschutzsystem. Mit der automatischen Abschaltfunktion können Sie die Überwachung des Ladevorgangs optimieren. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 4. Dieses Ladegerät verfügt über eine individuelle Steuerung, um jede Batterie effizient nach Ihren Bedürfnissen zu laden. Batterien sind nicht enthalten. Außerdem verfügt es über einen LCD-Bildschirm zur Anzeige der Echtzeitladung, der Verbleibendenzeit, der Spannung an den Klemmen und der akkumulierten Kapazität der einzelnen Batterien. Es ist speziell für Fotoausrüstungen konzipiert, die mit wiederaufladbaren Batterien betrieben werden. Mit Batterieentladefunktion und Überhitzungsschutz. Es ist kompatibel mit AA- und A-Nickel-Cadmium- und Nickel-Metallhydrid-Batterien. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 3. Dieses Ladegerät für AA- und A-Akkus kann je nach Akkukapazität zwei oder vier Akkus gleichzeitig in weniger als vier Stunden laden. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen für eine optimale Leistung paarweise geladen werden. Es ist kompakt und leicht. Es verfügt über einen USB-Anschluss mit einer Leistung von 500 mAh zum Laden eines Smartphones oder eines anderen tragbaren Geräts. Dieser Anschluss hat Vorrang vor dem Laden des Akkus. Wenn also der Ladevorgang über den USB-Anschluss endet, wird der Ladevorgang automatisch fortgesetzt. Es verfügt über einen Überladeschutz, der automatisch und individuell Vollladung und Verpolung erkennt. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Dieses intelligente Ladegerät für AA- und A-Akkus mit acht Steckplätzen für mit LED, kann zwei oder vier oder sechs oder acht Akkus gleichzeitig aufladen, solange sie paarweise angeordnet sind. Vier LEDs zeigen den Ladestatus an. Es stoppt den Ladevorgang automatisch, wenn es eine unzulässige Eingangsspannung, einen Fehler, einen Kurzschluss oder nicht wieder aufladbare Batterien erkennt. Seine Abmessungen sind 175 x 7,7 x 2,6 cm und wiegt 170 Gramm. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Das EBL 808 ist das vielseitigste Akkuladegerät auf dem Markt. Seine intelligente Ladung erkennt die Kapazität jeder Batterie für optimale Leistung und lange Lebensdauer. Es ermöglicht das gleichzeitige Laden von zwei, vier, sechs oder acht Nickel-Cadmium- und Nickel-Metallhydrid-Akkus der Klassen AA und A mit hoher Kapazität. Es verfügt über eine automatische Überstromerkennung, Überspannungsschutz zur Vermeidung von Überladungen sowie Kurzschluss und Verpolungsschutz. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Untertitelung des ZDF, 2020